Das hier zur Miete angebotene neue ca. 190 Quadratmeter große Büro befindet sich im Kreis Rosenheim. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Haus wurde 2013 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 2280 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.